Wie sie, der kann doch nicht mit diesem kaputten Schlunz da rumlaufen, ich hab da was für sie. Keine Ahnung wann. Aber vor 12 auf jeden Fall, sagen wir vor 10 noch, werde ich mal AFK gehen, was essen. Es ist eigentlich vor 9 noch besser. Sagen wir um 8? Ja. Cool, weil dann mach ich mir auch was zu futtern. Machst du hier was richtiges zu futtern? Heißt das, er kann PS4 zocken oder? Eben. Bei mir vor der Haustür ist wieder ein Fest. Da helf ich morgen auch, deswegen hab ich morgen keine Zeit. Ich weiß nicht, weil ich da gratis essen und trinken darf. Ich mach mir nix zu essen, ich geh dahin essen was. Achso. Dann hol ich mir da ein Bier und trink das aus. Wird schon eine halbe Stunde dauern. Gut, wir haben 2 Silber. Die sind ja so reingerieben sind. Ja. Aber du, der Typ war gestern mit Platinum, der wusste definitiv was er macht. Ey, der war Junkrat richtig hart. Das fühlt sich halt fast so an, als wenn ich gegen mich selber spielen würde. Und nein, ich möchte nicht gegen Skilled Junkrat spielen. Das ist aber... Was denn? Nix. Aber ich find's jedes Mal witzig, wie ich am Anfang der Runde erstmal jemanden kille. Ja, ja, ja. Ich finde, wenn mir das passieren würde, ich würde sowas von rage'n. Ich werde ein bisschen genervt. Sonst nix, aber... Für die Standard erheckt ja schon mehr. Sie haben ja... Ja, ich habe... Ich habe ein bisschen aufgefangen, und ich habe ein Stück dabei gewonnen. Hahahaha... Hahahaha... ...Gottja! Nett... Hahahaha... 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 Aber ist die jetzt auch für ein Kampf? Hahahaha... Sie ist für eine Kampfgabe. Ja... Ok... Das war's für heute.